Die Ehre wieder unserem Gott, dass wir heute hier sein dürfen. Das ist die Zeit, wo du Gemeinschaft mit dem Herrn hast, wo der Herr dir seinen Willen offenbaren will. Sein Herz. Sein Vorhaben. Das ist eine sehr wertvolle Zeit, wo wir in seiner Gemeinde sein dürfen. Ich habe heute ein Thema vorbereitet, das diese Woche auf meinem Herzen lag. Und ich habe mein Thema genannt, ihr habt eine nicht weltliche Denkweise und das ist richtig. Oder eine nicht weltliche Denkweise und das ist richtig. Habt ihr es verstanden? Unsere Gedanken sind nicht jüdisch und das ist so gut, ist so richtig. Und der erste Vers, den ich dafür genommen habe, ist aus dem Evangelium Johannes 18, 36. Hier spricht der Herr. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre man reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Und auch möchte ich mein Thema von letzter Woche mit einbeziehen, diesen Konflikt von der Ukraine und Russland. Und um das jetzt fortzuführen, möchte ich, dass wir Christen das so lernen, darauf zu schauen, wie Jesus darauf schaut. Und Jesus sagte, als er in einer viel schwieriger Situation war, als diese Situation mit der Ukraine und Russland. Ich glaube, er ist in der Welt gekommen, als es noch viel schlimmer hier war. Als die Römer überall die Herren waren in der damaligen Welt. Sie haben alle Menschen unterdrückt. Sie haben alle Menschen unterdrückt? Sie haben sie getötet und wenn jemand Ausstand gemacht hat, haben sie ohne Wendung aber umgebracht. Und sie haben Steuern eingetrieben? Und die Menschen haben geträumt von Freiheit. Und sie haben ihre Steuern gebracht? Ja, ihre Prege, 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 ihre Prege. Die Leute haben immer eine Erklärung zu ihrem Handeln gehabt, warum sie das tun. Und heute gibt es eine Grund, warum die Ukraine bestätigt. Und die russische Seite erklärt, warum sie angegriffen haben und das ist für sie auch richtig. Weil der Griech, aus welcher Seite er nie war, ist er ein Griech. Und derjenige, der sich von Sünden beschützt, der ist immer richtig. Und wenn sich in der Zeit Jesu die Juden sich gegen die Römer gewährt hätten, wären sie im Recht. Und egal, was für eine große Versuchung er damals war, hat er sich niemals auf diese menschlichen Sachen eingelassen. Und heute können wir über die Politik nachdenken. Wir können über Regierungen nachdenken. Wir können über viele Sachen nachdenken. Aber wir werden diese Fragen niemals klären, wenn wir nicht so denken, wie Jesus denkt. Deswegen möchte ich, dass wir so denken, nicht wie die Welt denkt, sondern wie Jesus denkt. Die Christen fallen oft in Panik. Und sie denken sofort, morgen kommt der Herr. Wir müssen uns für das Wiederkommen des Herrn vorbereiten. Aber der Herr zeigt uns durch die ganze Bibel, durch Kriege, Hungersnöte, Gewalten, diese ganzen Probleme. Und wir sollen dann nicht über das Ende nachdenken, sondern über unsere Berufung. Deswegen sagte Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt, ihr sollt mich nicht in diese Probleme mit einbeziehen. Ich bin gekommen, um eine bestimmte Sache zu erfüllen. Ich bin nicht gekommen, um ein irdisches Reich aufzubauen. Um irgendein Land zu erstellen, wie zum Beispiel Russland, Ukraine oder vielleicht die NATO. Ich bin gekommen, um ein anderes Reich aufzubauen. was niemals erschüttert werden kann, ein himmlisches, ein ewiges, was rein ist. Und ich möchte, dass wir die Nöte der Menschen sehen. Dass wir den Menschen helfen und damit den Willen des Herrn erfüllen. Damit wir sein Werk vollbringen. Und Jesus hat uns genau diese klarere Linie gegeben, dass er nicht hier gekommen ist, um mit Politik oder mit dem Reich etwas zu machen. Wir können nicht solche Sachen hören und dann nicht darauf irgendwie reagieren. Das ist schlecht. Aber wenn ein Mensch an Jesus Christus glaubt, dann hat er immer Probleme. Nur mit Jesus können wir unsere Probleme lösen. Deswegen hat sich Jesus nicht in diese Probleme eingemischt, sondern hat gesagt, ich werde mein Reich gründen. Und als er in dieser Zeit, als die Römer ihre Taten verbrachte, hat er den Aposteln was mitgegeben? Was hat er ihm mitgegeben? Er sagt ihnen nicht, sie sollen nur eine momentane Hilfe bilden. Aber es ist gut, dass wir gerade als Kirche auch helfen. Wir können sehr viele Menschen in diese Hilfe hineinlegen. Wir können sehr viele Menschen in diese Hilfe hineinlegen. Aber Gott sagt, wir können sehr viele Menschen in diese Hilfe hineinlegen. Aber das wird die Menschen nicht retten. Das muss man machen. Wir leben auf dieser Erde. Wir werden Menschen helfen und sie werden uns helfen. Und es wird immer nötig geben auf der Erde. Und es wird immer arme Menschen geben. Und es wird immer Kriege geben. Wenn ein Land mehr als 70 Jahre Frieden hat, dann ist es selten, dass es so etwas gibt auf dieser Erde. Aber der Herr möchte uns eine andere Denkweise geben. Was bringt es, wenn ich einen Menschen hier vor dem Hunger rette, aber er in die Hölle kommt? Er möchte, dass wir auch mit Hunger in den Himmel eingehen, dass wir in den Himmel eingehen. Deswegen sagt Jesus, meine Denkweise ist nicht von dieser Erde. Ich rede über ein anderes Reich. Und er wollte das so sehr in die Herzen der Gläubigen geben, dass die Menschen diese Grenzen sehen und nicht vom richtigen Weg abkommen. Und als er dann in den Himmel geht, hat er seinen Jüngern eine Aufgabe gegeben. Wie auch die Juden damals haben diese Völker unter den Römern gelitten. Und die Apostel stellen Jesus die Frage, wann wirst du uns von den Römern befreien? Die haben diese Befreiung erwartet. Und Jesus sagte kein Wort darüber. Und was sagt er ihnen? Deine, die wir alle wissen, das Wort 1.7.8. Dafür lesen wir Apostelgeschichte 1.7-8. Was hat Jesus seinen Jüngern gesagt? In so einer Zeit auf der Erde? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Wir fragen den Herrn, wann kommst du denn zurück? In zwei, in drei Jahren, vielleicht in zehn Jahren? Aber Jesus sagt, das ist nicht eure Sache. Warum möchtest du das wissen? Jetzt musst du eine andere Sache verbringen. Jetzt musst du eine andere Sache verbringen. Hör auf, menschlich zu denken hier auf der Erde. Hör auf, Angst zu haben. Wir haben viel Arbeit. Was bringt es dir, die ganze Welt zu haben, aber du verlierst deine Seele? Du musst den Menschen von der Hölle retten und in die Ewigkeit bringen. Und das muss unseren Kopf und unser Herz erfüllen. Denk darüber nach, dass diese Menschen, die heute oder morgen vielleicht sterben, dann nicht mehr in den Himmel kommen können. Was kann ich tun, um diese Seele zu retten? Wir denken darüber nach, wie kann ich ihn von dieser Bombe retten? Aber der Herr denkt darüber nach, wie kann ich ihn von der Hölle retten? Und Jesus sagt, wie wir das machen können. VIII. Stich. Im achten Vers. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Wir können jetzt ein beliebiges Land nach ihren Argumenten verteidigen. Es ist schade, dass sie in diese Situation gekommen sind. Die Leute tun uns leid. Aber schlimmer ist es, wenn sie in die Hölle kommen. Und Jesus sagt, darüber sollen wir nachdenken. Wenn sie Jesus nicht annehmen, dann wird das eh nicht aufhören. So lange wie es die Erde gibt, so lange wird es dann auch weitergehen. Nur wahrhaftig kann Jesus das erlösen, befreien. Wie oft hören wir davon, dass ein Bruder einen Bruder umbringt? Wenn sie nicht wirklich den Herrn hatten. Wenn sie nicht wirklich den Herrn hatten. Sie haben gehört, was Jesus sagt. Aber Jesus sagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand für einen Freund das sein muss. das Leben gibt. Und so hat man Jesus dann nicht im Herzen. Wenn jemand sagt, ich glaube, aber er geht und vollbringt den Krieg, dann ist er ein Kind des Teufels. Und wenn sie dort streiten werden, wer denn jetzt im Recht ist, dann wird dieser Streit niemals enden. Aber wenn ein Mensch Jesus Christus annimmt, dann kann er sich bekehren. Dann kann er von neu anfangen. Dann kann er sagen, Herr, verzeih mir, ich bin ein Sünder, ich komme in die Hölle. Und alles hört auf. Nur so. Es wird nicht anders weggehen. Und deswegen sagt Jesus, meine Denkweise, mein Reich ist nicht von der Erde. Unsere Denkweise ist nicht von der Erde. Ich will nicht sagen, dass unsere Herzen kalt werden sollen für die Hilfe. Die Bibel sagt uns überall, dass wir helfen sollen. Wenn du glaubst, dann überleg, was ist die wichtigste Aufgabe vor dem Herrn und wer wird sie machen. Sonst bleiben nur noch am Ende diejenigen auf der Erde, die einander hinschlachten. Aber es soll Leute geben, die Jesus folgen. Die nicht weltlich denken. Die in Gedanken und Herzen Jesus Christus haben. Und dafür lese ich jetzt. Matthäus 5, 38 bis 48. Hier spricht Jesus über den, wie die Menschen miteinander umgehen. Und er spricht hier über das nicht-irdische Denken. Er will hier darüber reden, dass wir nicht irdisch denken. Wir lesen von Vers zu Vers mit Übersetzung direkt bis ans Ende durch. Ihr aber habt gehört, dass gesagt ist Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lasse auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib den, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bitte für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn, tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes, machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Итак, будьте совершene, wie совершen Otec ваш, небes der. Darum solltet ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Nекоторые проповедники сегодня перемешали всю Bibliu. Es gibt Prediger heute auf der Erde, die die ganze Bibel verdreht haben. Aber Jesus sortiert sie. Er sagt, ihr wisst, was im Altem Testament steht, dass sie einander umbringen sollen. Er sagt, ihr wisst, was im Altem Testament steht, dass sie einander umbringen sollen. Ihr wisst, im Altem Testament steht, hasse die, die euch hassen. Und er sortiert. Hört mein Volk. Hört mein Volk. Denkt nicht irdisch. Lernt es zu sortieren. Lernt es zu verstehen. Gott tötet, äh, Gott richtet nicht mit Mord Probleme. Gott löst Probleme des Hasses. Aber er stirbt für diejenigen, die hassen am Kreuz. Nur so werdet ihr das Problem der Welt lösen. Und ich verändere die Denkweise der Menschen, dass sie so denken können wie ich. Und diese Menschen werden in den Himmel eingehen. Und mit diesen Menschen mache ich das ewige Reich. Und ihr sollt heute nicht darüber nachdenken, wer recht hat oder unrecht hat, weil ihr werdet das eh nicht erfahren. Wir wissen, dass Ungerechtigkeit schlecht ist. Ich will euch keine Beispiele geben, weil das wird uns sauer machen. Weil wir oft irdisch denken und nicht so wie Jesus. Es wurde so viel Böses getan, dass es praktisch Schlimmeres nicht gibt. Und diese Menschen, die diese Sache klären wollen, die haben Krieg untereinander. Und das kann man auch einerseits verstehen, weil keiner will ungerecht behandelt werden. Aber das rettet keinen Menschen vor der Hölle. Und wir wollen jetzt nicht Menschen schützen vor dem, was die Probleme in der Welt sind, sondern dass sie in den Himmel eingehen können. Und solche Menschen gibt es wenig. Prediger beziehen sich auf das alte Testament und Kriege. Und die hören aber nicht, dass Jesus sagt, ich spreche zu euch. Jemand hat bei uns in die WhatsApp-Gruppe von Alexander Epp eine Predigt reingestellt. Und dort hat er so ein Beispiel gebracht. Als die Russen Familienmitglieder verschleppt haben und die haben ihr Leben dafür gelassen, um sie zu verteidigen. Ich habe das auch persönlich erlebt. Mein Onkel war sehr reich in der Ukraine. Opa. Weil er gegen sie war, hat man ihn erschossen. Ohne Grund. Die haben die ganze Stadt zerbombt. Es blieben nur drei Häuser. Nach dem zweiten Weltkrieg. Und eines dieser Häuser war von meinem Opa. Mein Vater sagte, ich könnte da hingehen und sagen, ich möchte das Haus wieder zurück, aber sie würden mich umbringen. Wie die Verwandten vom Pastor Epp, die Verwandten haben das auch zurückgefordert und sie wurden umgebracht. Und mein Vater hat das nicht gemacht. Ich hatte auch diese Denkweise, dass ich gesagt habe zu meinem Vater, er soll doch bitte seinen Besitz wieder zurückfordern, weil er hat viel besessen. Aber ich habe diese Stimme von Jesus in mir gehört, dass es doch nur weltlich ist und zeitlich ist. Aber viele Christen hören diese Stimme und sagen, geh hin und nimm. Das sind deine Feinde. Aber ich sage zu dir. Sie haben dir dein Haus genommen, sondern gib ihm auch deine Kleidung. Aber das möchte keiner machen. Deswegen diese Kriege. Deswegen diese Kriege. Nicht nur in der Ukraine und Russland. Auch unter der NATO und Russland. Und auch unter anderen Ländern. Und auf der ganzen Welt. Jesus sagt uns, dass alle gegeneinander kämpfen werden. Und keiner weiß mehr wirklich, wer untereinander kämpft. Weil sie leben mit weltlichen Gedanken. Aber Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Erde. Moscht du euch von dieser Welt trennen. Moscht ihr euch von dieser Welt trennen? Moscht ihr euch von dieser Welt trennen? Moscht ihr Europa sch yem? Wenn es schlimmere Leiden ist. Schlimmer ist es, wenn man sein ewiges Leben verliert und in die Hölle kommt. Und ihr seid erwählt, sagt Jesus. Ihr seid meine Apostel. Geht zu den Leuten und gebt Zeugnis von mir ab, dass die Menschen verstehen, dass ich ihnen zu ihnen spreche. Dass sie bei dem Bösen die Linie setzen können und diese nicht übertreten. Und dass die Christen nicht denken, dass Jesus morgen kommt wegen diesen Gründen. Ich sage euch, Jesus wird morgen nicht kommen. Und hört nicht auf diese Prediger, die sagen, dass Jesus morgen zurückkommt. Lžiцы und Trausse. Das sind Ljungser und Angst haben. Sie sprechen aus ihrer Angst. Und Jesus sagt, es ist nicht eure Sache, die Zeiten und Zeitpunkte zu machen. Warum? Warum? Weil wir wichtigere Sachen haben. Menschen gehen in die Hölle und die muss man retten. Und wir sollen nicht Zeit dafür verschwenden, dass Jesus morgen wiederkommt. Wir müssen unsere Zeit dafür verwenden, wie man den Menschen aus diesem Schmutz der Welt rauszieht. Es wird nicht viele geben, aber es gibt welche, die man rausziehen kann. Wenn es viele gerettete gäbe, dann würden wir eine Krugehalde brauchen, aber wir haben einen kleinen Raum hier und wir füllen diesen Raum nicht mehr. Es wird nicht viele gerettete geben. Aber es wird welche geben. Und für diese Menschen sagte Jesus, bis ans Ende der Welt. Und Jesus sagt auch heute, bis zur Ukraine und bis nach Russland. Dort kannst du auch gehen. Jesus sagt, da ist er bei mir, nur wenn du ihn verstehst. Oder sogar wenn du ihn verstehst. Sogar bis nach Russland kannst du gehen und bis nach der Ukraine und sagen, erzählen wir Jesus, von ihm Zeugen, von Jesus, nur in Jesus kann man sehen, die echte Wahrheit. Halleluja! Matthäus 24,7 Matthäus 25,7 Die Apostel haben darauf reagiert, auf jeden Krieg, den die Römer in der Welt vollbracht haben. Ihre Seele war sehr betrübt darüber, was auf der Erde passiert ist. Und Jesus spricht zu ihnen. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Und jetzt in der 6. Vers. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und das hat eher Jesus zu uns gesprochen, als zu den Aposteln. Wir hören, wir wissen von den letzten 2.000 Jahren, dass immer gesagt wurde, morgen kommt Jesus. Jesus sagt, mit anderen Worten, nicht auf den Teufel. Er möchte, dass wir unsere Hände zusammenlegen und sagen, morgen kommt Jesus zurück. Jesus sagt, wir sollen nicht auf diese Propaganda reinfallen. Wir sollen sogar bis nach Russland und zur Ukraine gehen, um dort von Jesus' Zeugnis abzugeben. Jesus sagt, wir sollen nicht darüber nachdenken, dass morgen Jesus zurückkommt. Das ist nicht das Ende. Er sagt, wir sollen lernen, nicht irdisch zu denken. Aber Jesus, die werden dich doch ans Kreuz schlagen, die Römer. Und die werden die Christen töten. Habt nicht Angst um die Leute, die euren Leib nehmen können, sondern kümmert euch um das himmlische Reich und um die Menschen, dass sie gerettet werden. Und die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, Jesus sagt, Ich weiß nicht, wie in der Sprache das heißt. Ich weiß nicht, wie in der Sprache das heißt. Ah, 5. Vers. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Viele werden wegen der Angst eben nicht den Willen des Herrn verkünden. Und sie werden auf das Alte Testament zeigen und sagen, ich sage euch, sie werden sagen, morgen kommt Jesus, um dich mit der Angst zu binden, und dass du dich nicht bewegst vom Platz. Und viele werden verführt werden von diesen Menschen. Und sie werden sich als Christen ausgeben und sagen, sie kommen von Jesus. Sie werden sagen, sie haben die Stimme des Herrn gehört. Aber Jesus gibt uns nicht die Erlaubnis, selbst am letzten Tag einfach nur rumzusitzen, wenn er am nächsten Tag wieder zurückkommt. Auch am letzten Tag wird er sagen, wir sollen arbeiten. Auch am letzten Tag, bevor er wieder zurückkommt, und er möchte, dass wir wie er denken. Und dass unsere Denkweise darum geht, dass wir Menschen um das ewige Reich, um Menschen da hinzubringen. Versteht ihr mich? Jesus möchte, dass wir anders denken. Und deswegen lese ich 2. Korinther 4, 16 bis 18. Und das sind ja 1.000 Jahre lang, Und das ist ja 2.000 Jahre lang. Und das ist ja das. Und ich möchte, dass wir nicht alles von uns Also gehen wir mal, es machen uns über 2.000 Jahre lang. Und wir wollen uns über 3.000 Jahre lang, es kommt noch ein paar Jahre lang. Es kommt, Und wir wollen uns über 1.000 Jahre lang. Und die Hosni, wir haben unsere dringst, wir wollen, wir wollen uns über 2.000 Jahre lang, und wir wollen uns über 2.000 Jahre lang oder 4.000 Jahre lang, und dann können wir jetzt auch mal 1.000 Jahre lang. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergeht und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über allemaßen gleich wichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und so wir werden vom Leib her älter. Aber unser neuer Mensch wird erneuert. Und er möchte, dass wir uns verändern. Jesus sagt, es wird Kriege geben und es soll auch so geschehen, dass wir uns verändern können. Wir schlafen ein. Wir leben in Frieden. Wir sehen nicht die Sünde von den sterbenden Menschen. Wir sehen, uns geht's gut. Und die Sünde verbreitet sich auf der Erde. Aber wenn Gott sagt, er soll Kriege geben, er hält sie auch nicht zurück. Für was? Damit wir aufwachen. Dass ich aufwachen. Es gibt so eine Geschichte über Darmwürmer. Sie lebten und hatten Kampf um Essen und generell. Sie hatten, ihnen war kalt, es war Regen, es war Prost. Und sie haben gewünscht um ein gutes Leben. Und sie haben Platz gefunden in uns. Es ist immer warm. Es gibt immer Essen. Es gibt kein Frost. Es gibt keine Vögel. Und sie haben aufgehört zu denken. Und sie haben nach einer Zeit festgestellt, sie haben schon gar keinen Kopf mehr. Das sind einfach nur Würmer, die da rumkriechen und nichts mehr haben. Keine Beine, kein Kopf. Für was denken? Über was soll ich denken? Es gibt immer Essen. Es gibt keine Gefahren. Es ist doch alles gut. Und damit das mit den Menschen nicht so passiert, wie in dieser Geschichte, soll es solche Sachen geben. Im Alten Testament steht, dass Gott nicht mehr weiß, wohin er schlagen soll. Sie haben dieses Verständnis verloren, dass der Mensch, auch wenn er gut lebt, dann in die Hölle kommt. Aber wenn er so etwas zulässt. Als wenn Sünder anfangen, mit Jesus zu kämpfen. Die Christen anfangen, mit dem Christen anfangen, zu denken. Die Gehirn anfangen, ihre Gehirn anfangen zu wachsen. Sie anfangen an, sich von innen heraus zu verändern. Jesus sagt, wir sollen uns verändern. Von einer innen, jeden Tag aufs Neue. Bis das Vollkommene da ist. Welches Vollkommene? Die Vollkommene des Vaters. Welche Vollkommene? Совершenstätigkeit, dass die Menschen in die Hölle kommen, aber dass wir sie retten von daher. Und deswegen konnten sie Jesus nicht greifen mit irgendeiner politischen oder sündigen Sache. Er hat alle geliebt. Und die Mörder. Seine Mörder. Und er hat alles zerstört. Und das möchte er von uns. Das ist keine weltliche Denkweise. So eine Denkweise werdet ihr bei niemandem finden. Und ihr werdet sie auch nicht bei Putin sehen oder bei den Ukrainer. Auch wenn die sich als Christen ausgeben. Die sind eingeschlafen. Sie wachsen nicht in ihnen. In ihnen ist nicht Jesus. Was soll Gott machen? Vielleicht durch den Krieg werden die anfangen nachzudenken. Schaut darauf, was die Sünde mit euch macht. Aber ihr Christen geht hinaus und gibt Zeugnis ab von Jesus. Vielleicht wird es manche geben, die sich verändern lassen und anfangen zu denken. Und die die Wahrheit verstehen werden. Und Jesus annehmen werden. Die den König der Ewigkeit annehmen. Und sie kriegen ihre Rettung wahrhaftig. Nicht eine zeitliche Rettung heute, sondern eine ewige. Tut mir leid, ich habe sehr wenig Zeit. Meine Zeit ist schon vorbei. Ich bin erst an der Hälfte. Ich sage jetzt noch die Bibelstelle, die ich habe. Und wer sie möchte, kann sie aufschreiben. Offenbarung 6, 1 bis 11. Da ist dann написано, Jesus hat das Buch mit den Siegeln geöffnet. Und sagte sie. Und als sie angefangen haben zu schauen. Und dann ist der weiße Reiter ausgezogen, um zu siegen. Und mit jedem neuen Siegel öffnet sich eine neue Sache. Dann ein zweites Pferd, der den Krieg hervorbringt. Dann die Hungersnot. Dann Kataastrophe zu Kataastrophe. Ich kann nicht das jetzt lesen und mich eintiefen. Ich möchte sagen, Jesus zeigt. Und Jesus zeigt uns das System dieser sündigen Welt. Jemand geht hinaus. Auf dem weißen Pferd. Und sagt, ich werde euch den Frieden bringen. Und er wird die Menschen verführen. Wir können jeden Fall von diesem Kahn auswählen. Wir können jedes x-beliebige Regime nehmen und sagen, das gibt sich aus, als dieses weiße Pferd. Und dann gibt es die Starken, die anfangen und sich als Friedensbringer bringen und anfangen, Krieg zu führen. Es war immer so ein System. Es war immer so ein System. Und dann fängt immer die Inflation an und die Hungersnot kommt. Und danach, nach den Hungersnoten fangen immer die Pandemien an. Und Jesus sagt uns aber, es war immer schon so. Und es gab immer diese Systeme. Warum zeigt er uns das? Ich möchte mich dort nicht vertiefen. Ich möchte nicht darüber reden, dass vielleicht die NATO dieses weiße Pferd ist und ihn angeblich den Frieden bringen soll. Oder vielleicht auch andersherum mit Russland. Ich möchte euch nur sagen, dass Jesus ist derjenige, der diese Siegel öffnet. Und er möchte uns damit was sagen. Вот на земле, без чести, geht, вот так примерно, работает, всегда. Jesus sagte, die Welt hat immer so ungefähr gearbeitet. Und ich sage euch das aber, dass ihr keine Angst habt. Dass ihr nicht darüber nachdenkt, dass das Ende ist. Ich sage euch, egal was auf dieser Welt passiert, lebe so, als würde es nicht passieren. Und geh auch in die Ukraine und auch nach Russland. Und gebt Zeugnis von mir, sagt Jesus. Das ist eure Aufgabe. Nicht bedauern diese Probleme, sie sind immer wieder. Natürlich, молитесь und помогайте сразу. Natürlich sollen wir dafür beten und auch helfen. Когда-то вы in dieser Situation будете, может быть. Aber die wichtigste Aufgabe sollen wir nicht lassen. Unsere Berufung. Unsere Berufung. Das ist ein Zeugnis von Jesus Christus, der der Einzige ist, der den Frieden bringen kann auf die Erde. Daniel 2, Vers 4, Vers 45. Daniel 2, Vers 4, Vers 4, Vers 4, Vers 4, Vers 5. das ist mit der Schrift und der Schrift. Dort wird über die Königreich gesprochen, die noch kommen, und am Ende über das Königreich aus Ton und Lehm. Ja, aus Schrift und Lehm. Aus Eisen und Ton. Und die Christen denken viel darüber nach, welches Königreich es denn darstellen soll. Und dann heißt es, ohne menschliches Zutun hat sich ein Stein gelöst und hat das alles zerstört. Und dieser Stein ist Jesus Christus. Und dann wird das Königreich von Jesus Christus gebaut. Und viele sagen, wir leben in diesem letzten Königreich aus Ton und Eisen vermengt. Wenn man so darüber nachdenkt, würde ich sagen, das ist NATO. Es gibt starke Regierungen, die wie das Eisen sind und schwache, die das Leben darstellen. Und sie möchten den Ton vorgeben auf der Erde. Und ihren Ton. Man kann heute nicht nur mal einen Film anschauen, wenn man nur den anmacht, sieht man schon Sünde. Wenn du doch so einer bist, dann mach doch einen bestimmten Kanal für euch und zwing dich nicht, mich sowas zu schauen. Aber die NATO möchte gerne, dass wir das alle sehen. Und was passiert? Und er sagt, ich kann auf sowas nicht schauen. Ich kann nicht über all das sprechen, was in der Welt gerade los ist. Aber das wichtigste ist, dass Jesus wird dieses letzte Königreich als Stein dagegen stoßen und alles kaputt machen. Sag ich das, damit ihr versteht, wann das passieren soll? Nein. Für was sagt das Jesus? Dass wenn du all dieses Schreckliches siehst, dass du nicht sagst, ich kann nichts machen und Ende. Es ist dafür da, dass wir wissen, dass der Sieg am Ende für Jesus ist. Jesus möchte dir sagen, leg deine Hände nicht zusammen. Denk nicht darüber nach, dass es nur dir hauptsächlich gut gehen soll. Sondern, dass wir unsere Denkweise von einer irdischen, weltlichen in eine himmlische verändern. Jesus sagt, das Allerwichtigste, dass wir auch ans Ende der Welt gehen sollen. Dass wir dort Zeugnis abgeben können von Jesus Christus. Damit Menschen, die er Rettung erfahren können. Was ist, was habe ich davon, wenn ich meinem Kind die Bestmöglichkeiten bekomme? Ich weiß nicht, warum ich mich kümmern werde. Aber mein Kind denkt weltlich und nicht himmlisch. Und er wird nicht in den Taten von Jesus Christus sein. Kann ich ihn reich und arm machen? Ich werde ihn lieber arm machen, wenn er noch in den Himmelreich dafür eingehen kann. Das erste soll bei mir die himmlische Denkweise sein. Deswegen zeigt er uns diese Königreich, aber auch das am Ende, dass wir nicht unsere Hände zusammenlegen und einfach weiter arbeiten. Dass ich nicht wie ein Wurm werde ohne Kopf, sondern dass ich mich jeden Tag erneuer in meinem Verstand. Jesus sagt, dass der Teufel alle Menschen sein will. Die Apostel sagen, dass der Teufel alle Menschen sein will. unterworfen hat. 2. Timotheus 2.25.26 Wer das selber lesen möchte, kann es in 2. Timotheus 2.25-26 lesen. Jesus möchte aber, dass jemand so denkt, wie er denkt und ihn aus dieser Knechtschaft herausführen will. Und deswegen sagt Jesus, ich bin nicht von diesem Erdlichen Reich. Und er möchte sagen, ihr seid nicht vom Erdlichen Reich. Ihr sollt eine nicht weltliche Denkweise haben. Ihr solltet eine himmlische Denkweise haben. Denkt darüber nach, was im Himmel ist. Und versucht, die Sachen auseinander zu halten in den allerschwierigsten Situationen. So, wie er es den Aposteln mitgegeben hat. Aber wir sollten trotzdem nicht weltlich nachdenken. Wir sollen mit Jesus Christus leben. Wir sollen mit Jesus Christus leben. Unsere Antwort ist Jesus Christus. Unsere Antwort ist Jesus Christus. Unsere Friede ist Jesus Christus. Unsere Probleme löst nur Jesus Christus. Die Freiheit gibt es nur in Jesus Christus. Und Jesus möchte, dass wir Christen das nicht verlieren. Und wir sollen nicht Angst haben. Und wir sollen uns nicht verführen lassen. Wie es heißt, viele werden verführt werden. Sie gehen von dieser Linie weg und werden anfangen darüber nachzudenken, der hat denen das angetan und derjenige hat denen das angetan. Und Jesus sagt, wir sollen uns nicht verführen lassen. Wir sollen nicht auf die richtige Erklärung hoffen, sondern er sagt es uns. Es gibt keine größere Waffe bei Jesus als die Liebe. Deswegen sagt er hier am Anfang, wir sollen mit Jesus Christus bleiben. Und der Anfang eines beliebigen Problems. Wenn der Mensch selbst kreift, dann soll der Mensch sich selbst bekehren. Jesus sagt uns durch die Apostel, dass wir uns erstmal bekehren sollen und danach kriegen wir das Verständnis von Jesus. Auch wenn wir diesen Krieg beenden. Wenn sich dann nicht Russland oder Ukraine bekehrt, dann können sie nicht die Wahrheit annehmen. Die Probleme werden niemals zu Ende gehen. Es wird immer Hass geben. Und desto länger dieser Krieg geht, desto mehr Hass wird es geben. Deswegen sagt auch Jesus, wir sollen nicht um etwas kämpfen, sondern einfach abgeben. Damit es schneller aufhört. Und deine Aufgabe ist es, dass der Mensch Jesus Christus annimmt. Dass er sich bekehrt und dann wirklich diesen Frieden in seinem Herzen haben kann. Und dann, wenn der Mensch sich selber bekehrt, kann er mit den anderen auch arbeiten und ihm diesen Frieden geben. Und das ist dieser einzige Friede, der dieser wahrhaftige Friede ist. Der ist nur in Jesus Christus. Und auch in tausend Jahren werden die wissen, wer wen was angetan hat. Deswegen fordere ich euch auf, nicht weltlich zu denken, sondern wie Gott sagt, dass wir himmlisch denken. Amen.